Liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße ganz herzlich zu unserer Veranstaltung. Wir haben ja inzwischen, wenn man so will, auch hier in Ansbach so eine kleine Serie begründet. Wir hatten mal angefangen mit einer Veranstaltung Land ohne Arzt, die auch relativ gut besucht war und die zumindest einige Impulse, glaube ich, auch gegeben hat in der Frage, wie kann man eine Versorgungsstruktur auch im ambulanten Sektor sicherstellen für die Zukunft, welche Modelle sind da denkbar. Ich glaube, dass diese Impulse auch weitergetragen worden sind. Es gibt ja einen Arbeitskreis, eben auch beim Stadtrat, zum Thema Gesundheitspolitik. Ich glaube, dass da schon ein bisschen was aufgenommen worden ist. Es ist ja eingerichtet worden inzwischen, die Gesundheitsregion Ansbach, eine Stelle ist da auch finanziert worden. Das ist ja schon mal alles ganz schön. Wir hatten dann eine weitere Veranstaltung mit dem Herrn Prof. Willebrandt zum Thema Gesundes Kitzing-Tal. Die kann man sozusagen auch Gesundheitsversorgung anders organisieren, sektorübergreifend auch organisieren, zusammenhängend organisieren. Ja, und heute wollen wir uns mit dem Thema Krankenhaus beschäftigen. Das Thema Krankenhaus bewegt uns, glaube ich, auch in der Region hier alle, weil wir natürlich halt eben eine Situation im Krankenhaus AMB-Med haben, die zumindestens, sagen wir mal, ich will jetzt gar nicht über die Details reden, aber das Haus in schweres Wasser gebracht hat. Es gab dann auch ja sehr, sehr viele politische Auseinandersetzungen um die Frage, wie soll es denn weitergehen. Wir hatten die Situation sogar schon mal, dass man ja kurz davor war, einen Geschäftsbestellungsvertrag mit Sana, also einem privaten Krankenhaus-Träger zu machen. Wir haben das aber nicht nur in Ansbach. Das ist ein Phänomen, dass wir sozusagen gerade kommunale Kreiskrankenhäuser, öffentliche Krankenhäuser, dass wir die sehr häufig in finanziellen Schieflager haben, dass wir auf der anderen Seite aber auch Krankenhauskonzerne haben, die von ihren Krankenhausstandorten verlangen, 15 Prozent Umsatzerbiete. Also geht ganz offensichtlich da etliches ganz weit auseinander. Und dazu haben wir heute eingeladen, die Geschäftsführerin vom Verein der demokratischen Ärztinnen und Ärzte, Dr. Nadja Rakowitz, die heute ein bisschen einen Vortrag dazu machen möchte. Es gibt ein Bündnis schon seit einiger Zeit, das nennt sich Krankenhaus statt Fabrik. Und dieses Bündnis, in dem ist der Verein der demokratischen Ärztinnen und Ärzte, ich glaube auch als Hauptsächlicher Freiburg-Initiator, muss man schon auf jeden Fall sagen, es sind einige Verdi-Landesverbände mit drin, es ist mein Büro auch in diesem Bündnis mit drin, als einer der Bündnispartner. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir dieses Thema Krankenhaus, Krankenhauspolitik stärker versuchen auf die Tagesordnung zu bringen. Und da, das wird Nadja, denke ich, nochmal etwas ausführlicher darlegen, das Ganze auch, ich sage mal, etwas radikaler anzugehen. Also nicht einfach nur die Symptomatik, halt eben jeweils zu sehen, wie kommt das, dass man da in die roten Zahlen gerät und was kann man da einfach mal machen, sondern wir gehen schon davon aus, dass es da etwas grundlegend falsch läuft. Und dieses grundlegend falsche, denke ich, soll heute mal ein bisschen dargestellt und auch zur Diskussion gestellt werden. Und natürlich halt eben auch, welche Alternativen gibt es denn halt eben und wie lassen Sie sich wohlmöglich durchsetzen. So weit meine Vorrede erst einmal. Ich würde jetzt bitten, Nadja einfach zu referieren. Sie hat dazu eine Präsentation auch mitgebracht und wird uns dazu auch einiges an Grafiken oder Bilder zeigen. Ja, vielen Dank und du hast es Wort. Vielen Dank für die Einladung. Ich wollte beginnen mit einer aktuellen Meldung, die ich die Woche gesucht habe, per E-Mail von der Michael Quetting, das ist der Verdi-Sekretär in Saarland. Diese Woche sollte es eine Aktion geben, eine Protestaktion Händedesinfektion. Die Idee war, dass die Pflegerinnen und Pfleger einfach mal Dienst nach Vorschrift machen und sich so die Hände desinfizieren, wie das eigentlich state of the art ist, um deutlich zu machen, dass das eigentlich im Moment unter den Bedingungen, wie sie jetzt arbeiten müssen, praktisch gar nicht möglich ist. Sie mussten die Aktion nach ein paar Stunden abbrechen, weil sonst die Arbeit auf Station zusammengekommen wäre. Was auch eine Botschaft ist, denke ich, also so eine Protestaktion abbrechen zu müssen. Man kann praktisch heutzutage unter normalen alltäglichen Bedingungen im Krankenhaus sich die Hände nicht mehr so desinfizieren, wie das sein müsste, wenn man den Stationsalltag aufrechterhalten will und die Patienten nicht unversorgt lassen will. Woran liegt das? Es gibt einen Umbau des Gesundheitswesens in einer Gesundheitswirtschaft. Da gibt es so ein paar Schlagworte, die ihr sicher alle kennt. Die Kostenexplosion ist immer das Totschlagargument für allen Umbau, der in eine unsoziale Richtung geht. Auch wenn es schon seit 30 Jahren Bücher gibt, die sagen, es gibt Märchen von der Kostenexplosion, die gibt es so gar nicht. Dennoch ist das immer ein Schlagwort. Ziel war es, und das ist neoliberales Dogma, ganz klar, die Kosten sein gut für die Arbeitgeber und die öffentliche Hand herzustellen. Die Argumente bezogen auf die Krankenhäuser waren von den Kritikern lange verweildauern. Anfang der 90er Jahre haben wir noch 14 Tage Verweildauer im Schnitt gehabt. Also ein Patient war 14 Tage im Durchschnitt im deutschen Krankenhaus in Deutschland. Das war auch im europäischen Vergleich relativ hoch. Und das Argument, öffentliche Versorgung sei nicht effizient und so weiter, das kennen Sie alles. Man hat dann das Ende der Selbstkostendeckung eingeleitet. Selbstkostendeckung heißt ja, eine Gesellschaft hat sich entschlossen, das, was im Krankenhaus gemacht werden muss, wird bezahlt. Und dann wird geguckt, wo kommt das Geld her. Und das sollte in einer Gesellschaft wie der Deutschen, also die reich genug ist auch möglich sein. Früher war das dann so, dass man am Ende des Jahres eben nachverhandeln musste, wenn das Geld nicht gereicht hat, was über diese Pflegesetze als Abschlag erst mal bezahlt worden ist. Oder man musste letztlich die Beitragssätze der Krankenkassen erhöhen. Aber die Idee war immer, erst mal wird versorgt, dann wird bezahlt und dann wird geguckt, dass das Geld auch irgendwo herkommt. Und das kam auch immer irgendwo her. Das Ziel der jetzigen Finanzierung war, den Anstieg an Krankenhauskosten zu senken, kann ich gleich vorweg sagen. Das Gegenteil ist passiert. Die Ausgaben steigen noch stärker seit dieser neuen Finanzierung über die Fallpauschalen, als sie damals gestiegen sind. Angefangen hat man den Wandel mit einer Einführung von Budgets, von Rubeingrenzen und hat also quasi die Ausgaben für Krankenhaus an die Grundlohnsumme angebunden, was erst mal überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Also schon da hat sich eigentlich die Logik umgekehrt, dass man gesagt hat, wir haben so eine Summe Geld und damit muss die Krankenversorgung auskommen. Was eigentlich schon absurd ist. Und man hat Gewinne und Verluste erlaubt, was implizit heißt, vorher war es verboten. Also das heißt, man musste eine Gesetzesänderung machen, die es möglich gemacht hat, dass im Krankenhaus Gewinne gemacht werden können. Das ist schon in den 80er Jahren, späten 80ern passiert. Das könnte man aber auch genauso wieder rückgängig machen. Ein Satz im Gesetz, da wirst du vielleicht noch mal was zu sagen haben, in dem stehen würde, Gewinnverbote im Krankenhaus sind verboten, würde der privaten Konzern sofort den Wind aus dem See gehen. Es ist freilich nicht ganz so einfach, so ein Gesetz durchzukriegen. Ein weiteres Problem, das wollte ich noch mal vorne wegschieben, was die Krankenhäuser haben, das hängt mit der neoliberalen Politik zusammen, die ja durch ihre ganze Steuergesetzgebung, die öffentliche Hand auch ausgeblutet hat. Und das hat dazu geführt, dass für die Krankenhäuser, die Investitionen, die die Länder in die Krankenhäuser geben, dass die drastisch zurückgegangen sind. Die Krankenhäuser werden ja durch Krankenkassenbeiträge finanziert, die für Personal und Sachkosten da sein sollen. Und über die Länder, also über die öffentliche Hand, das soll für die Investitionen da sein. Dieses Geld ist drastisch zurückgefahren worden. Und die Krankenhäuser, die in einer bestimmten Weise gezwungen waren zu investieren, was machen sie? Sie nehmen das Geld von den Krankenkassen und stecken es in Investitionen. Das ist eigentlich eine Zweckentfremdung, aber sie ist meines Wissens nicht illegal. Das ist in dem Gesetz eine Sollensbestimmung, aber keine Mussbestimmung. Verdi sagt dann, wir werden Personalstellen in Baustellen verwandelt. Wir haben auch mal ausgerechnet, das ist aber schon Jahre her, dass das 17.000 Stellen kostet. Ich gehe davon aus, dass das heute noch viel mehr sind. Weil eben Geld, was für Personal da ist, für was anderes verwendet wird. Was haben sie dann gemacht? Sie haben die DIGs eingeführt, Diagnosis Related Groups, Diagnose bezogene Fallpauschalen. Lasst euch nicht täuschen, wenn euch jemand sagt, na und die gibt es doch in ganz vielen anderen Ländern auch. Das ist zwar so, aber in keinem Land der Welt werden sie in dieser Weise angewandt, wie das bei uns der Fall ist. Dass sie nämlich sozusagen die Grundlage für die Finanzierung darstellen und die Finanzierungslogik letztlich. Was heißt das? Die Politik hat erstmal dafür gesorgt, dass alle Krankenhäuser sollen in Konkurrenz, auf einem Markt miteinander agieren. Das heißt, öffentliche, freie, gemeinnützige, private sind in Konkurrenz zueinander. Dem widerspricht ein bisschen das Prinzip, dass es ja eine Bedarfsplanung gibt. Aber mit diesem Widerspruch gehen sie, also der läuft die ganze Zeit nebenher und verschiebt sich sozusagen immer weiter zu einer Marktlogik. Die Bedarfsplanung wird immer weiter zurückgedrängt. Und damit man konkurrieren kann und damit man eine Stellschraube hat, wo man dran drehen kann, sind alle gesetzliche Regelungen für Personalbemessung, wo diesmal gab, abgeschafft worden. Jetzt kämpft Verdi mühsam wieder dafür, und die Linke mühsam wieder dafür, dass so etwas wieder eingeführt wird. Das gab es schon mal, ist im Zuge des Neoliberalismus alles abgeschafft worden. Das sollen der Marktregeln und der kaufmännische Direktor und so argumentieren, auch die Direktoren der Krankenhäuser und auch die leidenden Menschen in der deutschen Krankenhausgesellschaft nach wie vor. Das kann es nicht geben, dass man uns quasi politisch vorschreibt, wie viel Personal wir irgendwo zu haben, zu halten haben. Ja, das geht nicht. Was heißt DRG? Das heißt, jedem Fall wird, jeder Patient ist ein Fall und der bekommt eine bestimmte DRG, das heißt eine Diagnose, da können dann auch Nebendiagnosen dranhängen. Das resultiert dann in einer Zahl und diese wird multipliziert mit dem Landesbasisfallwert. Das ist in Bayern ein bisschen anders als in Hessen oder in Rheinland-Pfalz, liegt irgendwie bei 3.100 Euro ungefähr. Das ist das Geld, was das Krankenhaus bekommt für einen Patienten und ob der Patient länger oder kürzer darlegt, wenn es keine Extreme sind, ändert es nichts daran, an dieser Summe Geld. Ja, da merkt man schon, das hat schon eine Logik, Patienten möglichst früh zu entlassen, weil die Summe Geld ja dasselbe bleibt. Da gibt es dann Mechanismen, dass das nicht zu früh der Fall ist, aber im Prinzip gibt es einen Zwang, möglichst früh zu entlassen. Weiterhin gilt, dass nur Behandlungsfälle bezahlt werden. Das ist völlig absurd eigentlich, aber nur ein warmes Bett wird bezahlt. Also in der Schlaganfallstation, das Bett, das leer steht, dafür gibt es kein Geld. In der Notfallambulanz, die Patienten, die nicht stationär aufgenommen werden, dafür gibt es irgendwie eine winzig kleine Summe an Geld, aber mehr nicht. Die Geburtsstation, wenn die Frauen gerade noch nicht gebären wollen vielleicht, dann für diese Vorhaltekosten gibt es kein Geld, sondern nur, wenn eben ein Patient oder eine Patientin kommt. Im Prinzip ist es so. Es gibt so ein paar kleine Veränderungen jetzt durch das letzte Gesetz, aber das Prinzip ist, Geld gibt es nur über Patienten. Die Preise sind feste Preise, das wird wichtig bei dem, was die Regierung sich jetzt anschließend noch überlegt. Also das heißt, in ganz Bayern ist eine normale Geburt ohne Komplikationen, kriegt in ganz Bayern jedes Krankenhaus dieselbe Summe Geld. Ob das eine Uniklinik ist oder ein kleines Landkrankenhaus, das ist dieselbe Summe Geld. Es gibt keine Möglichkeit im Moment, darüber zu verhandeln. Das planen sie aber. Das heißt, wenn das der Fall wäre, dann würde sich der Druck nochmal erhöhen, der ökonomische. Wenn darüber nochmal verhandelt werden könnte, weil man sich dann vorstellen kann, dass es einen Unterbietungswettlauf gibt. Eine weitere ziemlich irrsinnige Regelung eigentlich ist, dass allgemeine Kostensteigerungen, also das Krankenhaus hat, die Energiekosten erhöhen sich oder die Materialkosten erhöhen sich, was auch immer, werden nicht eingepreist. Auch eine Lohnerhöhung, die die Gewerkschaften erstreiten, werden nicht eingepreist. Das führt dazu, dass im Moment, du kennst zwar manche Zahlen besser, circa 50 Prozent der Krankenhäuser vor der Insolvenz stehen. Weil die Einnahmen, die sie über die Diaries bekommen, die schneller steigenden Ausgaben überhaupt nicht decken. Also es ist eine systematische Wirkung zwischen Einnahmen und Ausgaben da eingeplant. Und da kann ein Krankenhaus noch so strampeln, da komme ich gleich nochmal drauf, das ist teilweise kaum zu schließen. Also das Preisniveau ist praktisch entkoppelt von den Kosten. Kostenerlösschere nennen das die Experten. Also heißt nichts anderes als die Einnahmen decken die Ausgaben nicht. Und es gibt eigentlich keinen Mechanismus, der das in sinnvollen Zusammenhang bringt. Sollte man ja eigentlich annehmen. Der Vorstandsvorsitzende, der ehemalige Vorstandsvorsitzende vom Klinikum Nördwerk hat mal gesagt, dass sie das intern die Seehofer-Schere nennen. Seehofer hat es seinerzeit mit eingeführt. Okay. Also was macht ein Krankenhaus unter diesen Gedingungen? Der Erlös eines Krankenhauses, also die Einnahmen setzt sich zusammen aus der Anzahl der Fälle, multipliziert mit diesem Relativgewicht der DRG und dem Landesbasisfallwert. Davon zieht es die Kosten ab und dann sieht es, ob es einen Gewinn oder einen Verlust hat. Erstmal ganz simpel. Was macht man in der Situation? Wenn man versucht, die Einnahmen zu steigern, wie macht man das? Man erhöht die Fallzahl. Was bedeutet Operationen und Prozeduren steigen unter diesen Bedingungen? Man erhöht die Fallzahl von lukrativen Patienten, nicht von den nicht lukrativen. Und man senkt die Kosten. Wie senkt man Kosten im Krankenhaus? Was ist der größte Brocken bei den Ausgaben? Beschäftigten, das ist auch besser als bei der Autoindustrie. Welche Gruppe der Beschäftigten ist die größte? Die Pflege. Und da wird gespart. An den Ärzten erst mal nicht. Also den Ärzten werden eher wieder mehr reingestellt, weil die sitzen, wie soll man sagen, an der Kasse. Ohne Arzt, ohne Diagnose, kein Geld. Die braucht man dafür. Was hat das für Auswirkungen? Die blaue Kurve hier sind die Fallzahlen. Die grüne Kurve ist die Verweildauer. Das habe ich vergessen, das gehört auch noch zu den Diagees dazu. Dass es immer eine durchschnittliche Verweildauer gibt für jede Diagee. Die ist da angegeben. Daran müssen sie sich orientieren. Und die Idee ist, über diese Mechanismen die Verweildauer zu senken, die inzwischen auf ca. 7 Tagen liegt, während sie 1990 noch bei 14 waren. Und die Fallzahlen, wie man sieht, ohne dass ich jetzt gesagt habe, wann die Diagees eingeführt werden sind, erkennt man es von selbst. Nämlich zu dem Zeitpunkt 2004, 2005 stiegen die Fallzahlen. Diese Woche habe ich gelesen, wir haben letztes Jahr unsoviel Millionen Fallzahlen gehabt im Krankenhaus. Das ist ein Drittel mehr als Anfang der 90er Jahre. Ein Drittel mehr Patienten im Krankenhaus als Anfang der 90er Jahre. Bei einer Bevölkerung, die tendenziell nicht wächst, sondern eher schrumpft. Was heißt das konkret? Ich habe zwei Beispiele hier mal mitgebracht, damit es einem nochmal deutlich ist. RG heißt hier Relativgewicht. Also eine vaginale Entbindung ohne Komplikationen hat ein Relativgewicht von 0,545. Wenn man den Basisfallwert von 2016 nimmt, 3272, war glaube ich eine durchschnittliche, aber das ist für das Beispiel egal, dann hat man einen Erlös von 1783 Euro. Bei einem Kaiserschnitt ist die Diagee höher, 0,846 und der Erlös sind 2768 Euro. Was gibt es für einen Anreiz für das Krankenhaus? Mehr Kaiserschnitte. Mehr Kaiserschnitte zu machen. Was ist passiert seit Anführung der Diagees? Die Zahl der Kaiserschnitt ist 100 Prozent gestiegen. Anderes Beispiel, man könnte ja auch Frühgeborene mit unter und über 1500 Gramm nehmen. Das ist besonders unappetitlich, das Beispiel. Da ist die Summe noch sehr viel höher, die Differenz. Bei Frühgeborenen unter 1500 Gramm im Vergleich zu denen drüber. Und was passiert, können Sie es ausmalen. Beatmungsstunden ist ein anderes Beispiel. Ein Polytrauma, da ist quasi die Schallgrenze, sind 264 Stunden. Beatmung mehr als 263 Stunden, der Fallwert 14,5. Drunter 8,1. Bei der Lebertransplantation hat man also Stufen von 32,5 und 11,0. Was passiert, das kann man statistisch zeigen. Die Beatmungsstunden sind seit Einführung der Diagees in die Höhe geschnellt, ohne dass es dafür eine medizinische Erklärung geben kann. Sondern die muss man in dieser Logik suchen. Und jeder Assistenzarzt, der die Beatmung mal abgesetzt hat bei Stunden 260, der wird erzählen können, was er für ein Gespräch mit dem Oberarzt anschließend hatte. Das kann man schlicht lesen. Die Tabelle ist aber in diesem Heft auch nochmal drin, wo man nämlich Deutschland und die OECD verglichen hat. Und welche Prozeduren werden wie oft gemacht. Und da sieht man hier, Herzkatheteruntersuchungen in Deutschland werden 624 Herzkatheteruntersuchungen pro 100.000 Einwohner gemacht. Im OECD-Durchschnitt 177. Hüftgelenksersatz 295, während im OECD-Durchschnitt 154. Also wir haben da eine Ausweitung der Zahlen, für die es auch keine medizinische Erklärung geben kann. Es sei denn, jemand behauptet, im Jahr 2000 hätte es einen krassen Mangel an Hüftgelenksersatz gegeben in Deutschland, der jetzt endlich ausgeglichen worden ist. Davon habe ich aber noch nie was gehört. Wir sind auch klar, dass die Kardiologie lukrativ ist. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass es in jeder Stadt, ich weiß nicht wie viele Herzkatheterlabore gibt. Und dass jeder Patient, der ein bisschen, also dass einfach unglaublich viele Patienten im Herzkatheterlabor geschickt werden, ohne dass sich die Mortalität oder die Morbidität irgendwie signifikant in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern verbessern würde. Für die Pflege hat es die Konsequenz, bei den drastischen Einsparungen, die da gemacht werden, dass wir in Deutschland einen der schlechtesten Schlüssel haben weltweit, also in den vergleichbaren Ländern. Das ist jetzt eine Studie von der Michael Simon von Februar 2017, die er für die Böckner Stiftung gemacht hat. Da rechnen sie 13 Patienten pro Pflegekraft im Durchschnitt. In Norwegen sind es 5,4 Sätze, in den USA sind es viel weniger. In den USA gibt es aber auch viele Staaten, wo es eine gesetzliche Personalregelung gibt. Kalifornien und sowas sind ja eigentlich Beispiele, wo man hier wieder hin will. Deutschland hat 13, das ist sogar noch schlechter als Griechenland unter Krisenbedingungen. Obwohl wir das fünfteuerste Gesundheitswesen der Welt haben. Und obwohl jeder weiß, jeder Experte, dass jeder Patient, der zur Pflegekraft zusätzlich dazukommt, von sechs Patienten auf sieben Patienten, dass die Mortalität im Krankenhaus steigt. Das weiß jeder. Also im Prinzip sind diese Zahlen, die auch ausdrücken, dass daran auch Menschen stärken. Das kann man nur nicht im konkreten Fall so einfach festmachen, sondern das ist sozusagen eine größere Zusammenarbeit, an der man das machen kann. Aber vielleicht noch interessant ist, dass diese Studie, auf die das sozusagen zurückzuführen ist, diese Mortalität, das ist eine US-amerikanische Studie. Man könnte das natürlich auch in deutschen Krankenhäusern mal untersuchen. Es gibt aber offensichtlich kein politisches oder wissenschaftliches Interesse daran, das logisch bei der Studie. Bitte? Obwohl, bei der Einführung im Gesetz stand, es muss wissenschaftlich begleitet werden und evaluiert werden. Aber was genau das so? Ein weiteres Phänomen haben wir noch, und das hängt damit zusammen, auch mit den Veränderungen 1989, und damit, dass eben Gewinne und Verluste möglich sind, dass wir eine massive Privatisierungswelle haben, seit Anfang der 90er Jahre. Ja, wir haben inzwischen 2015, 35 Prozent der Krankenhäuser sind inzwischen schon privat. Das ist ein höherer Anteil als in den USA, obwohl das USA, das amerikanische System, als sehr privatisiert gilt. Ja, haben wir die schon überhört. Bei den Becken sieht es noch immer anders aus. Das sind immer noch die meisten Becken in öffentlichen Krankenhäusern. Das erklärt sich aber dadurch, dass die öffentlichen Krankenhäuser noch die großen sind. Bis auf Gießen-Marburg gibt es zum Beispiel ja keine Uniklinik, die privatisiert worden ist. In Gießen-Marburg übrigens ist es so, dass selbst die CDU, es gibt ein Papier von der CDU in Marburg, die sagen, erstens, das ist gescheitert, zweitens, es muss rekriminalisiert werden und drittens, wir brauchen ein paar Eckpunkte, die unbedingt organisiert werden müssen. Der allererste und wichtigste ist eine gesetzliche Personalbemessung. CDU ist Marburg. Was bedeutet das für die Arbeitsbedingungen? Eine Arbeitsverdichtung. In der Autoindustrie würde man sagen, das ist eine Produktivitätssteigerung. Also man hat eine Stückzahlsteigerung beim kleinen und Ressourceneinsatz, der bei fast 40 Prozent liegt in den letzten 10, 15 Jahren. Da kann die Autoindustrie nur von träumen, von so einer Produktivitätsentwicklung. Heißt aber für die Beschäftigten, dass sie eigentlich ihren Job nicht mehr so machen können, wie das ihr Beruf eigentlich vorschreibt. Und das heißt für die Patienten entsprechend auch, dass sie schlecht versorgt sind. Die Krankenhäuser werden zu Fabriken, es hat so etwas von Fließbandarbeit, der Arbeitsprozess wird immer weiter zerlegt. In Ludwigshafen, da bei uns in der Gegend, gibt es eine Klinik, da haben wir ausprobiert, Phlegotomistinnen einzustellen, also Blutabnehmerinnen. Die haben eine Schnellausbildung, sind billig und dann haben sie sich ausgerechnet, wie viel Zeit brauchen die Ärzte, um Blut abzunehmen. Das sind teure Arztstunden, das könnten wir doch eigentlich ersetzen durch solche Kräfte. Die schicken wir einfach morgens für drei Stunden durch Station. Die haben auch keinen Vollzeitjob natürlich, diese Leute. Und das kostet, das weiß ich, ein Drittel, vielleicht ein Viertel von dem, was eine Arztstelle kostet. Und dann haben wir so und so viele hunderttausend Euro gespart. So wird gerechnet von den Betriebswirten in Krankenhäusern. Und es gibt eben auch immer schon solche Versuchsbalances, wo sowas ausprobiert wird. Die Belegschaft wird gespalten durch Outsourcing, durch Leiharbeit, durch defizitäre lukrative Abteilungen, die sich gegenseitig irgendwie in Konkurrenz zueinander gebracht werden. Es gibt eine neue Arbeitsteilung, das heißt, ja, ich bin gleich fertig. Man versucht, Tätigkeiten von besser bezahlten Kräften wie den Ärzten auf schlechter Bezahlte zu delegieren. Sagen wir mal die examinierte Pflegekraft, von da zur Hilfskraft, von der Hilfskraft zur Servicekraft und von da zur Verwandtschaft, ja, und da wäre erst mal, also zur Verwandtschaft, was man da hingestellt hat, aber erst mal wäre nichts dagegen zu sagen, die Arbeitsteilung im Krankenhaus mal neu zu überdenken. Nur die Perspektive und der Zweck, unter dem das geschieht, ist überhaupt nicht irgendwie eine sinnvolle Arbeitsteilung, sondern es ist rein die ökonomische Überlegung. Und es gibt eben den Druck auch durch Privatisierung, was dann mit sich in schlechten Tarifverträgen niederschlägt oder in gar keinen, ja, so, und das, aha, jetzt muss ich zurückgekommen, ja, so. Also die Patienten werden zum Werkstück, die Kommerzialisierung strukturiert quasi alle Teilprozesse. Wir haben, weil die Diagis so ausgerichtet sind, dass sie sich auf Prozeduren auch konzentrieren und auf Techniken, eine Aufwertung der Technik und eine Abwertung von Beziehungsarbeit, Pflege ist da gar nicht wirklich drin adäquat abgebildet. Die Gesundheitsberufe werden deprofessionalisiert, Patienten klagen entsprechend über zunehmende Desorganisation der Behandlung, die Zeit wird knapper, es gibt Überversorgung, das alles ist ja Körperverletzung, alles was medizinisch nicht notwendig ist, ist Körperverletzung, es gibt Unterversorgung, zumindest was Pflegekräfte angeht, es gibt Fehlversorgung und es kommt zu einem Bedeutungsverlust von Regeln und Vorschriften. Zum einen was Arbeitszeiten und sowas angeht für Beschäftigte, aber eben auch was Hygiene angeht und andere Sachen. Das ist systematisch in Zusammenhang zu bringen mit dieser Form der drastischen Ökonomisierung. So und jetzt komme ich zum Schluss. Die Beschäftigten wehren sich inzwischen. Lächste Woche wird die Charité erneut in den Streik gehen für einen Tarifvertrag Entlastung. Auch in anderen Städten, in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen wird es einen Streik geben. Ich weiß, hier in Bayern, das darf ich aber noch nicht verraten, noch eine Stadt, wo das der Fall sein wird. Es gibt in Hamburg, in Hessen, bei uns in Stuttgart, es gibt überall Bürgerbündnisse, Beschäftigte von Krankenhäusern, die die Charité nacheifern und im Saarland versucht, das ganze Land für mehr Beschäftigte zu kämpfen, weil das Argument ist, nicht der Streik ist die Gefahr für die Patienten, sondern der Normalzustand ist die Gefahr. Und wir müssen eine Notbremse ziehen, weil das so nicht weitergehen kann. Was jetzt die Politik dazu sagt, Harald, das müsste es jetzt mal tun sein. Ja, jetzt mal vielen Dank. Was die Politik dazu sagt, das war ja noch verhältnismäßig kurz und schildere das nur ganz einfach. Als ich vor acht Jahren etwa in den Bundestag reingekommen bin und dann zum Politikfeld Gesundheitspolitik gekommen bin, na gut, nach einem Jahr Einarbeitung haben wir uns auf diesem Thema Krankenhausfinanzierung, es gab ja damals übrigens diesen Evaluationsbericht, den ersten, das ist ja ungefähr 300 Seiten schicken gewesen, wo aber im wesentlichen Wege drinsteht, muss man sagen. Es sind nicht die zentralen Fragen thematisiert worden, sondern es sind Fragen genommen worden, wie sind diese Case-Mix-Punkte zueinander, also alles sehr, sehr technokratisch in diesem Bericht halt. Es ging sogar so weit, dass damals sogar mein Kollege von der FDP gesagt hat, ja, dieser Evaluationsbericht, der ist eigentlich eher für die Tonne, weil der gibt keine wirkliche Auskunft über die zentralen Fragen, die wir eigentlich an dieses Thema haben halt eben. Und es wurde dann hoch und heilig versprochen, es wird eine bessere Evaluation geben. Bisher habe ich noch keine bekommen, also es ist nicht gemacht worden bisher. Der Braun hat, glaube ich mal, eine gemacht halt mit seiner Gruppe, da ist sogar ein bisschen mehr an Erkenntnissen drin. Aber von Verdi finanziert. Von Verdi finanziert, eben nicht gemäß dem Gesetz halt, das steht ja eigentlich im Gesetz drin, das evaluiert werden muss. Damals haben wir zum ersten Mal das Thema Pflege in Deutschland auch thematisiert und meine Kolleginnen und Kollegen von den anderen Fraktionen haben mich mir da wieder Fragen angeguckt und gefragt, ja, ist doch alles ein Urteil, ist doch alles gut, ist doch alles, also es war kein Problembewusstsein dafür da, vor sieben Jahren in etwa halt, es war kein Problembewusstsein da. Inzwischen hat sich das ein gutes Stück gedreht, das muss man schon sagen, es ist ein Problembewusstsein inzwischen entstanden. Auch die anderen Fraktionen können sozusagen das nicht mehr leugnen, die Situation in den Krankenhäusern. Man geht halt nur damit relativ merkwürdig um, auch gesetzgeberisch relativ merkwürdig um. Im Prinzip ist es so, dass man an dem Finanzierungssystem nichts ändern will, grundsätzlich nichts ändern will. Nur mal sozusagen an den Fehlentwicklungen, die es gibt, da wird dann nachgesteuert. Dann gibt es so etwas wie ein, wenn es Mengenausweitungen gibt in großem Maße, das haben wir ja gesehen, das ist ja sozusagen eine Reaktion der Krankenhäuser, die gehen dann mehr in die Operation, mehr in die Prozeduren, dann gibt es nicht irgendwie die Infragestellung des Finanzierungssystems, sondern es gibt jetzt gesetzlich geregelt Mengenabschläge. Das heißt also, wenn sozusagen die Mengen nicht mehr sozusagen rational zu erklären sind, muss das Krankenhaus Abschläge in diesem DRG-System sozusagen in Kauf nehmen. Das ist dann die Reaktion darauf halt eben im Wesentlichen. Aber die grundsätzliche Finanzierungssystematik wird nicht in Frage gestellt. Sie hat immer gesagt, das hat Transparenz in das System gebracht und wir müssen das eigentlich weiterentwickeln, ein Stück weit. Und da kommt dann jetzt als nächstes die Ideen, die auch aufgekommen sind mit dem Krankenhausstrukturgesetz. Wir wollen jetzt nach Qualität nochmal sozusagen finanzieren. So heißt das dann so schön, Pay for Performance ist dann da so die amerikanische Begrifflichkeit dafür. Die Idee dahinter ist halt eben, wenn ein Krankenhaus überdurchschnittliche Qualität in bestimmten Bereichen liefert, bekommt es Zuschläge nochmal obendrauf auf die DRGs. Wenn es unterdurchschnittliche Qualität im Durchschnitt der anderen Krankenhäuser liefert, bekommt es Abschläge. Da ist dann eigens ein Institut auch noch für gegründet worden, ein neues. Es ist immer hochbezahlte Jobs, solche Institute. Der Prof. Dr. Veith ist damit beauftragt worden, jetzt diese Indikatoren zu entwickeln. Veith? Das ist ja der neoliberale Ökonom. Ne, das ist glaube ich irgendein Gesundheitswissenschaftler. Das ist nicht der neoliberale Ökonom, glaube ich. So, der ist aber bisher sozusagen mit diesem Ansinnen gescheitert. Er sollte ja eigentlich, eigentlich sollte das ja sozusagen inzwischen schon so weit sein, dass es 2018 an den Start gehen kann. Das ist nur nicht der Fall. Also, der hat jetzt erstmal gesagt, Indikatoren für, rechtssichere Indikatoren für Zuschläge, das bekäme er hin. Ist ja auch kein so großes Problem, wenn ein Krankenhaus Zuschlag gibt, wird es nicht klagen. Ist klar. Also, man klagt ja nicht gegen jemanden, der einem dann was mehr gibt halt. Aber rechtssichere Indikatoren für Abschläge, also, dass man sozusagen auch Abschläge halt eben machen kann mit Krankenhäusern, das sei so nicht möglich. So, das ist erstmal sein Resümee. Das glaube ich eben auch unbesehen, weil das war auch ohnehin immer meine Befürchtung. Wir haben das damals auch artikuliert. Wenn man das macht, wir halten es ohnehin für einen Schwachsinn, weil eigentlich beruht wissenschaftlicher und medizinischer Fortschritt in aller Regel eher auf Peer-to-Peer-Reviews, auf Kooperation, auf Zusammenarbeit. Und wenn wir jetzt sozusagen diesen Wettbewerb noch weiter treiben, der Häuser gegeneinander, dann zerstören wir natürlich auch diese Zusammenarbeit. Da kommt ja nicht mehr Qualität dann dabei raus, wenn man sozusagen gegeneinander halt eben auch arbeitet in der Form. Und wir haben immer gesagt, rechtssicher ist das sowieso nicht auszugestalten. Es wird eine Prozesslawine geben. Das ist im Wesentlichen ein Konjunkturprogramm für große Kanzleien, die sich da dann sozusagen drauf spezialisieren und da halt eben vor Gericht ziehen werden. So, und jetzt, so weit sind wir noch gar nicht, weil halt eben Indikatoren mit Abschlägen wird es erst einmal wahrscheinlich nicht geben. Darf ich da vielleicht noch kurz, als Bevölkerung würde ich auch sagen, wir haben irgendwie einen Fugel. Also Krankenhaus ist eine schlechte Qualität, macht, sagen wir mal, Hygienemängel hat in der Neonatologie. Dem noch mehr Geld zu entziehen, dem muss man noch mehr Geld geben, dass es diese Mängel beheben kann. Oder man schließt das Krankenhaus, wenn es eine schlechte Qualität hat. Aber einfach zu sagen, das lösen wir, indem wir noch weniger Geld herein geben. Was mutet man denn da uns als Patienten und den Bestäftigten schon gar zu? Das hat man vom Weiß- und Nassbett steht, das hast du jetzt gar nicht genannt. Es geht nämlich dann darum, wenn die Krankenhäuser miteinander konkurrieren, dann geht das über eine Bremszahl, um welchen Schmerz. Und du kannst natürlich deine Komplikationsrate damit beeinflussen, indem du anschaust, wie sieht der Patient insgesamt aus. Das ist ein guter Patient, bei dem die Wahrscheinlichkeit einer Komplikation höher ist. Der wird dann in bestimmten Krankenhäusern überhaupt nicht mehr angenommen, um sich seine Statistik nicht zu versauen. Das heißt also, wenn die Neonatologie nicht mehr operiert, wir haben vorher beklagt, jeder kriegt eine Hüfte. Es werden aber dann auch die nicht mehr genommen, die vielleicht tatsächlich eine fleuchten. Vor dem Hintergrund, dass noch mehrere Nebendiagnose und Erkrankungen haben, die das Risiko der Nichtwurrung bedeuten. Und dann würden die Krankenhäuser sich ihre Stande in ihren Weltschmark versauen. Also das ist eine ganz große Gefahr bei dem System. Das haben wir ja jetzt schon ein Stück weit bei den Verschiebungen noch. Man muss ja auch ein bisschen die Erklärung liefern, warum sozusagen eben öffentliche, teilweise auch freigemeinnützige Häuser in aller Regel sehr, sehr hart an der Kante oder sogar halt eben Verluste schreiben, private sozusagen von ihren Häusern teilweise halt eben Umsatzrenditen von 10 oder sogar mehr als 10 Prozent erwarten und diese auch erwirtschaftet werden. Das wird einmal natürlich auf den Rücken, gerade auch der Pflegekräfte geschieht das, das ist ja auch nochmal dargestellt worden. Die Frage Tarifbindung, die Frage, welcher Tarifvertrag kommt zur Anwendung. In aller Regel haben die Haustarifverträge mit weitaus weniger, also das Grundgehalt ist gar nicht mal so extrem unterschiedlich, aber weitaus weniger Zusatzleistungen. Da wird sozusagen bei den Sonderzahlungen extrem gespart, bei den privaten halt eben. Aber es gibt auch diese Rosinenpückerei, auch das spielt eine große Rolle. Die gucken sich Patientinnen und Patienten sehr häufig sehr genau an. Es sind in aller Regel auch eher Schwerpunktversorger. Wenn Sie sozusagen Maximalversorger spielen wollen, wie in Marburg-Giesing, dann geht es nicht gut. So, das hat Röhn gezeigt. Ansonsten sind es Schwerpunktversorger, die sich auf bestimmte, lukrative DRGs konzentriert haben, in dem hohen Maße. Das auch verhältnismäßig gut und sozusagen fließbandmäßig halt eben auch machen. Und damit halt eben im Wesentlichen dann auch ihre entsprechenden Gewinne erwirtschaften. Und auf eine relativ elegante Art und Weise. Der Estelmann, der Vorstandsvorsitzende des Nürnberger Tlinikums, hat mir das mal erzählt, halt eben, wie er das erlebt hat. Das ist sozusagen aus seinem eigenen, aus der Erzählung halt. Der Patient führt sozusagen zu einer Privatklinik halt eben mit auch Mehrfacherkrankungen. Es gibt ein entsprechendes Vorgespräch, logischerweise auch mit dem Arzt, mit dem Chefarzt oder mit dem Oberarzt. Der Chefarzt, Oberarzt stellt fest, er ist multimorbid, also hat mehrfach erkrankt. Das gibt ein relativ erhöhtes Risiko. Und dann sagt er halt eben den netten Satz irgendwann im Laufe des Gesprächs. Für Ihren speziellen Fall gibt es einen Spezialisten, den ich Ihnen sehr empfehlen würde. Der ist nur leider nicht bei uns am Haus beschäftigt. Der ist im Klinikum Nord beschäftigt halt. Und da würde ich Ihnen raten, in Ihrem speziellen Fall ist das wirklich die beste medizinische Wahl. Oder gehen Sie am besten dorthin. Und dann hat man den Patienten sozusagen auf eine sehr elegante Art und Weise los. Und der freut sich sogar noch, weil er halt eben sagt, naja, das ist doch gut, dass der sozusagen halt eben, ich sag mal, so ehrlich ist und sagt halt eben, dass es da eigentlich noch einen besseren gibt und so weiter und so fort. Und es ist natürlich so, am Ende, die öffentlichen Häuser müssen behandelt. Irgendwo am Ende sozusagen der Nahrungskette muss behandelt werden. Und da ist es dann in der Tat so, dass da auch dann die schwierigen Fälle sehr häufig landen. Ich wollte noch sagen, jetzt mal vom Gesetzgeberischen her, es ist dann ein bisschen was getan worden. Im Krankenhausstrukturgesetz gab es ein Pflegeförderprogramm. Dieses Pflegeförderprogramm war allerdings so ausgelegt, dass damit maximal 6.500 Stellen bundesweit zu finanzieren waren. Vielleicht pro Krankenhaus. Fehlen tun in etwa, je nach Zielweise, zwischen 70.000 und 100.000 Stellen in Deutschland. So, das bedeutet pro Krankenhaus ein bis zwei Stellen in etwa. Wir haben 2.000 Krankenhäuser, man kann es ja im Prinzip dadurch teilen. Ein bis zwei Stellen ist ein Tropfen auf den heißen Steinen. Aber es ist zumindest symbolisch. Dann ist eine Expertenkommission eingerichtet worden, ebenfalls im Krankenhausstrukturgesetz festgelegt. Diese Expertenkommission hat inzwischen mehrmals getagt. Es hat auch eine Expertise nochmal gegeben. Da ist allerdings in der Tat ein neoliberaler Ökonom, wie heißt der nochmal, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Also der ist beauftragt worden mit dieser Expertise ausgerechnet. Und worauf ist er gekommen in seiner Expertise? Der Herr Urzki, oder? Bitte? Der Herr Urzki. Ne, nicht der Herr Urzki. Er war ein anderer, so ein Ökonometriker halt. Aber einer, der auch so richtig ziemlich neoliberal unterwegs ist. Und als wäre es eine Auftragsforschung, ist er im Prinzip darauf gekommen, dass man sozusagen, also dass zwischen 6.000 und 8.000 Stellen fehlen würden und finanziert werden müssten. Also im Prinzip so, wie es sozusagen halt eben auch vorher im Pflegestellenförderprogramm drin war. Der ist allerdings halt, hat mit seiner Expertise auch nicht durchgedrungen in dieser Expertenkommission. Man hat daraufhin gesagt, okay, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir vielleicht in Richtung Personalbemessungsinstrument kommen. Und wir beauftragen mal, Selbstverwaltungspartner darüber zu verhandeln. Und da hat man die Deutsche Krankenhausgesellschaft auf der einen Seite und den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung auf der anderen Seite jetzt sozusagen drangesetzt. Die sollen miteinander verhandeln, wie man sozusagen dieses Problem Personalnotstand in Krankenhäusern löst. Dabei muss man wissen, die DKG, also die Deutsche Krankenhausgesellschaft, will das nicht, weil sie sagt, wir wollen unseren Krankenhäusern und unseren Krankenhausmanagern keine Fesseln anlegen. Das ist unternehmerische Freiheit. Die müssen selber unternehmerisch frei darüber entscheiden können, wo und wie sie Personal einsetzen. So, das ist deren Position. Und der GKV-Spitzenverband, also der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, will das auch nicht, weil er sagt, das kostet Geld. So, wenn wir dann Personalbemessungen machen, dann müssen wir ja mehr bezahlen als Krankenkassen halt. Also ich setze sozusagen zwei Selbstverwaltungspartner, das ist gesetzgeberische Maßnahme, setze zwei Selbstverwaltungspartner zusammen, die jetzt miteinander verhandeln wollen über etwas, was beide nicht wollen. So, das ist erfolgsversprechend, diese Methode. Aber zumindest in der Öffentlichkeit kann man sagen, ja, wir haben was getan, wir haben reagiert. Jetzt haben Sie nicht ewig Zeit. Sie dürfen sozusagen, soweit ich weiß, bis Mitte nächsten Jahres noch verhandeln, wenn Sie bis dahin nicht zu einem Ergebnis gekommen sind. Und das sieht im Moment so aus, weil die ersten Verhandlungsrunden, die waren, haben gezeigt, da kommt nichts, also bisher zumindest gibt es keine Annäherung, es kommt eigentlich auch nichts raus. Es gibt ja auch nichts anzunähern, weil Sie wollen es ja beide nicht halten. Das sind sich doch einig. Ja, gut, man könnte natürlich auch sagen, es kommt dann vielleicht das absolut Minimum raus, das wäre ja auch noch eine Variante halt eben, aber wahrscheinlich kommt gar nichts raus. Und da ist eine Frist gesetzt, wenn Sie bis zu dieser Frist halt eben jetzt kein Ergebnis vorlegen, dann gibt es eine Ersatzvornahme des Bundesgesundheitsministeriums. Also die machen dann eine Ersatzvornahme. Das Problem ist halt eben, dass nur das Bundesgesundheitsminister bisher auch noch nicht sozusagen als Vorreiter der Beseitigung des Pflegenotstandes in Krankenhäusern hervorgetan hat. Das muss man real sehen. Gröhe hat viel gemacht, Gröhe hat viele Gesetze gemacht, halt eben aber als Vorreiter des Personalnotstandes in den Krankenhäusern ist er wirklich noch nicht aufgefallen halt erst einmal. Er hat ja unter anderem so etwas gemacht, nur am Rande, weil das ist ja gerade auch die Tools, was die Krankenhaushygiene betrifft, in ein Gesetz gegossen hat, ein Hygienegesetz, und damit gesagt hat, damit ist das Problem gelöst. Also indem ich sozusagen die Richtlinie des Robert-Koch-Instituts nehme und in ein Gesetz gieße, sagt er, jetzt haben wir das Thema Krankenhaushygiene, ist für uns sozusagen gelöst. Weil wir haben jetzt ja ein Gesetz und an das Gesetz müssen sich alle halten. Wenn das, was wir eingangs gesehen haben, stimmt, und das stimmt mit Sicherheit, hundertprozentig, dann ist das ja nichts anderes am Ende, als dass er die bestehenden jetzigen Pflegekräfte tagtäglich in die Illegalität treibt, dazu bringt, sich gegen Gesetze zu verstoßen. Und das ist das einzige Ergebnis dieses Gesetzes, was er da sozusagen verabschiedet hat, hat nichts anderes. Du brauchst das mal eine massenhafte Selbstanzahl. Das wäre vielleicht noch eine Variante. Jetzt nochmal die Frage Ausblick. Es ist ja gerade geschildert worden, diese Tarifbewegung. Ich finde die sehr, sehr wichtig, weil sie Druck entfaltet erst einmal. Aber am Ende ist es natürlich so, dass wir nicht zufrieden damit sein können, sogar wenn sie Erfolg haben, die einzelnen Inseln. Aber wir können nicht zufrieden sein, dass wir dann irgendwie Insellösungen haben. Dass wir irgendwie da mal in Augsburg irgendwie einen Entlassungstarifvertrag haben, da mal an der Charité einen haben, in Saarlang vielleicht mehrere Häuser, die einen Entlassungstarifvertrag haben, in Hamburg einen haben und so weiter und so fort, in Stuttgart vielleicht. Weil das ist natürlich auch unter den Wettbewerbsbedingungen, die ja hier aufgemacht worden sind mit den DIGs, ist das natürlich auch nochmal ein Erschwernis eigentlich für die Häuser in diesem Wettbewerb. Und das kann es eigentlich nicht sein. Und dieser Flickenteppisch darf eigentlich nicht sein. Insofern muss das Ziel logischerweise sein, eine gesetzliche Regelung, die für alle Häuser gilt, durch die Bank für alle Häuser gilt. So ganz von der Hand zu weisen ist es ja auch nicht, weil es gibt ja zumindest einen Bereich, die Neantologie, also die Früschenversorgung, wo es ja jetzt schon sozusagen eine 1 zu 1 Regelung gibt, die halt auch vom Gemeinsamen Bundesausschuss so durchgesetzt worden ist, die auch nicht immer eingehalten wird nach wie vor. Da gibt es ja auch Übergangsfristen, die da sozusagen auch sind. Das ist eine 1 zu 1 Regelung. Ein Früschen, eine Kinderpflegekraftung. 24 Stunden. 24 Stunden. Auf der Intensivstation. Auf der Intensivstation in der Neantologie. Und nur in der Karriere 3 sind Drückigkraft. Ja gut, es gibt noch Einschränkungen dazu. Aber ich sage mal, so ganz von der Hand zu weisen, es gibt ja sozusagen Bereiche halt eben. Es gibt ja auch in den Leitlinien der verschiedenen Fachärzteschaften gibt es ja auch Hinweise darauf, wie es eigentlich sein sollte halt eben auf den Intensivstationen und so weiter und so fort. Es wird sehr häufig den Verstoßen halt eben, weil es ja keine gesetzliche Regelung in der Form ist, aber es gibt immerhin diese Hinweise bereits. Also medizinisch begründet gibt es da ja einiges bereits jetzt. Es wird nur gesetzlich bisher noch nicht umgesetzt. Wenn ich jetzt mal mir den nächsten Bundestag angucke, so wie er wahrscheinlich aussieht, wird es eine schwere Nummer. Um es mal so auszudrücken, wird es wahrscheinlich voraussichtlich eine relativ schwere Nummer. Ich glaube nur, dass man das Thema aber nicht mehr weiter unterdrücken kann, weil einfach mehr und mehr die Pflegekräfte sich da auch sozusagen wehren und unterwegs sind. Und indem sie sich wehren und indem sie unterwegs sind, indem sie ihren Protest artikulieren, indem sie die Aktion machen, wird das Ganze, denke ich, halt eben auch nicht mehr stillzustellen sein. Die Duldsamkeit, die man noch früher hat halt eben im Bereich der Pflegekräfte, die wird zunehmend, glaube ich, aufbrechen. Aber das Problem ist mit Sicherheit auch noch in der nächsten Wahlperiode ziemlich virulent und wir müssen gemeinsam einiges dafür tun, dass wir da ein Stück vorankommen. Und vor allen Dingen durch eine gesetzliche Regelung. Dann noch dazu. Ich denke, dass ja auch gerade die Politik im Moment alles dafür tut, mit dem neuen Pflegeausbildungsgesetz, das ab 2020 in Kraft tritt, um da den Pflegenotstand bewusst noch weiter zu vergrößern. Denn wenn die Ausbildung von Altenpflege und Krankenpflege dann gleich geschalten ist, dann habe ich das Problem, dass ich eine Altenpflegekraft genauso bezahlen muss. Die hat die gleiche Ausbildung wie eine Krankenpflegekraft. Und es werden sich Altenheime nicht leisten können. Das heißt, es wird passieren, dass dann auch die Pflegekräfte im Krankenhaus, die nicht in öffentlicher Hand oder nicht unter einem Tarifvertrag stehen, wesentlich schlechter bezahlt werden für die gleiche Arbeit. Und dann frage ich mich, wer soll es dann noch machen? Schlüssel hin oder her, gesetzliche Vorgaben hin oder her, dass ich so und so viele Pflegekräfte pro Patient brauche. Aber es wird keiner mehr diese Ausbildung machen. Naja, die ganze Diskussion um die Generalistik, darum geht es ja, das ist ja der Schlüsselbegriff dabei, ist ja im Prinzip erstmal mit dem großen Optimismus angegangen worden, vor allem ja von der SPD vorangetrieben, die Generalistik erst einmal, dass das sozusagen halt eben am Ende auch mehr Pflegekräfte in die Ausbildung bringt. Und dass am Ende mehr Pflegekräfte da sind als weniger. Und es geht unter einem, was passiert. Ich meine, man muss dazu sagen, die Altenpflege hat früher ihre Ausbildung selbst ausgebaut. Das heißt, die haben viel bezahlt und eine rein schulische Ausbildung. Das ist also der, aus meiner Sicht, einzig positive Aspekt noch in dem Ganzen, dass Altenpfleger jetzt auszubilden sind, zumindest eine Ausbildungsbefüllung kriegen und nicht mehr dafür bezahlen müssen. Das ist für mich der positive Aspekt dabei. Aber es ist leider auch der einzige Ende, dass wir sitzen. Also die Hoffnung, die Hoffnung, dass das sozusagen mehr Pflegekräfte bringt, haben wir eigentlich auch so nie geteilt. Aber in der Tat, wir wollten das Schulgeld weg haben. In der Tat, wir wollten, dass es eine duale Ausbildung auch ist, also eine Berufsausbildung ist. Wir wollten auch, dass sozusagen die entsprechenden Personalräte und Mitbestimmungsgremien da auch eben entsprechend bei den Ausbildungsanteilen, vor allem bei den praktischen Ausbildungsanteilen eben auch ein Mitspracherecht haben. Und was man ja folgen kann, ist halt schon, wir werden in der Altenpflege auch immer mehr sozusagen auch durchaus medizinische Pflege Anteile zumindest auch haben müssen. Umgekehrt halt eben in den Krankenhäusern, jetzt nicht bei der Kinderkrankenpflege, aber auch zumindest in den Normalstationen halt eben immer mehr sozusagen, wo man halt eben auch gerontologische Kenntnisse auch brauchen muss, wird, weil es einfach auch ältere Patientinnen und Patienten sind halt. Und unser Ansatz war immer zu sagen, klar, es gibt bestimmte Dinge, wo man sozusagen auch gemeinsam ausbilden kann und auch sollte. Und wir haben sozusagen ein Konzept vorgelegt gehabt, einer integrierten Ausbildung, zwei Jahre gemeinsam, dann aber halt eben sozusagen halt eben auch eine Entscheidung, wo will man hin. So, das war das Konzept, was wir mit vorgelegt haben. Am Ende ist es ja jetzt so eine Art Wünsch dir was geworden, weil das war der Kompromiss zwischen Union und SPD. Man kann sich jetzt sozusagen entscheiden für die Generalistik, man kann aber auch sozusagen von vornherein sich entscheiden, halt eben für eine der nach wie vor drei Zweige. So, das ist nur in den praktischen Anteilen, das funktioniert überhaupt nicht, weil im Prinzip müssen ja jetzt sozusagen über alle drei Bereiche müssen praktische Ausbildungsanteile ja auch erbracht werden. Und kleinere Einrichtungen, vor allen Dingen kleinere Einrichtungen, also kleinere Pflegeschulen können das überhaupt nicht leisten, denke ich mal. Da wird vor allen Dingen halt eben viel Probleme auch entstehen und viel werden daran scheitern. Also ich denke, es geht jetzt prinzipiell um die Ausbildung. Es ist sicher eine gute Sache, dass man sagt, man kann das gemeinsam machen. Aber die Frage ist, wie geht es danach weiter? Das ist ein und dieselbe Ausbildung mit demselben Wissensstand. Und die werden dann unterschiedlich bezahlt werden müssen. Das heißt auch die Krankenhäuser, also die Altenheime, die in der privaten Trägerschaft sind oder sonst irgendwie, die können es sich nicht leisten, so hoch zu bezahlen. Und die Krankenhäuser, denke ich, die privaten Träger, sagen, super Sach, ja, passe ich es doch auch an, dann habe ich die Pflegekräfte. Und wenn die bloß 200 Euro mehr kriegen wie im Altenheim, dann kommen die zu mir, kosten mich aber trotzdem weniger. Also liegt auch an euch, die Pflegekräfte und dafür zu kämpfen, dass das nicht so wäre. Ja, aber es sind ja eigentlich die Rücken einfach nichts los. Wenn man sich die WHO anschaut, die 2000 Euro schon, wie ich mir rausgegeben habe, die Professionalisierung des Pflegeberufs. Und wir bauen an der Generalistik als letztes europäisches Land in Österreich gegen nächstes Jahr auf Hochschulniveau. Da muss ich sagen, wo sind wir? Ja, was ist mit unserer Berufsprofession los? Und Bayern hat keinen Lehrstuhl für die Wissenschaften. Viele Bundesländer haben das nicht, das machen private Universitäten. Es ist ein Arbeitszeugnis für ein Land mit so einem hochentwickelten Gesundheitssystem. Ja, aber es ist ja bald nicht mehr hoch erweckert. Das schaffen Sie aber ja sicherlich. So hochentwickelte Gesundheitssystem und die Qualitätssicherungskriterien sind mit Zertifizierungen ins Unermessliche gebieten worden. Und dort haben wir nämlich auch die Personalbemessungen drinstehen. Jetzt geht es um Sachen mit dem Krankenhausstrukturgesetz. Für die Tumorpatienten, Personalbemessung ist drin, da ist Pflege vorgeschrieben. Zahlen die Kassen nicht. Da gibt es einen 80-seitigen Erhebungsgruppen von der Deutschen Krebsgesellschaft und den Fachgesellschaften. Die Krankenkassen, also der GBA gibt was anderes raus, gibt andere Richtlinien vor. Die können Sie niemals erfüllen als Schwerpunktversorger, niemals. Das ist völlig unmöglich. Und deshalb Qualitätssicherung sein und am Schluss kriege ich es nicht bezahlt. Das sind Dinge, die Kosten den Krankenhäusern Millionen beträgen, wenn Schwerpunktversorger oder kleinere Häuser so etwas tun. Wir haben es gerade jetzt hierhin an dem Beispiel, die Mama-Chirurgie. Ja, Mama-Chirurgie, unheimlich hohes Qualitätsmögen, mal die brusterhaltenden Operationen. Wir haben einen riesigen Anteil von Brustzentren in Deutschland. Mich wundert diese Zahl nicht. Es ist auch für die Frauen viel schöner, eine brusterhaltende OP zu haben. Aber die Frage ist, Mama-Chirurgie ist ja weltweit viel in Debatten gekommen, die Frage ist, wenn wir Qualitätssicherung in den Kliniken machen und wir kriegen es nicht bezahlt, dann wird es systematisch gefördert, dass diese Qualität hinunterfällt. Dann kann man tun, was wir wollen. Ja, wobei natürlich das Ganze schon aus meiner Sicht ein Stück weit getriggert wird, dadurch, dass man sozusagen halt eben auch einfach die Krankenhäuser in diesen Wettbewerb geschickt hat. Es war ja gerade mal die Rede von Bedarfsplanung. Es gibt ja nach wie vor einen Krankenhausplan pro Land. Das heißt ja im Prinzip auch, die Länder sollen planen eigentlich nach Bedarfen. Der Dr. Leber vom GKV Spitzenverband hat mal das despektierlich so genannt, dass er gesagt hat, das ist sozusagen die ambitionslose Fortschreibung einer Excel-Liste. Also es wird nicht geplant, sondern es wird einfach sozusagen die Excel-Liste, die existiert, wird fortgeschrieben. Ich bin in vielen Punkten mit ihm nicht einer Meinung, an der Stelle bin ich mit ihm einer Meinung. Es ist in der Tat, es findet nach wie vor auf der Länderebene keine wirkliche Krankenhausplanung statt. Steht ja auch im Plan drauf, Fortschreibung. Ja, genau. Es wird im Prinzip unambitioniert fortgeschrieben, einfach dieser Plan ein Stück weiter halt. Es gibt auch kein hartes Instrument, wo man sozusagen wirklich sagen kann, du kommst jetzt raus aus dem Krankenhausplan und du kommst rein in den Krankenhausplan. Das gibt es nicht. Wir haben ja das erlebt, dass sozusagen sogar in einem überversorgten Gebiet wie München sich ein Klinikum halt eben in den Krankenhausplan hineingeklagt hat. Mit Herzkarte der Plätze. Ja, ja, genau. Hineingeklagt hat halt. Also da sind einige Instrumente auch noch stumpf. Und weil das so ist, geht ja der Gesetzgeber und auch teilweise die GKV, also die Krankenkassen gehen davon aus, naja, dann soll es halt der Markt richten. Und deswegen sagen sie halt, gut, dann treiben wir sozusagen halt eben das Ganze weiter so weit, dass die halt im Wettbewerb gegeneinander antreten müssen. Das führt nur dazu, dass sozusagen im Wettbewerb jedes Krankenhaus dann nochmal versucht, sich besonders sozusagen hervorzuheben. Und das führt dann zu den Zentren und zu den Zertifizierungen und so weiter und so fort. Wobei dann wirklich halt Häuser, die eigentlich nur 50, 70, 100 Kilometer voneinander entfernt sind, gegeneinander aufrüsten halt eben im Prinzip mit dem gleichen Angebot. Und das machen sie so lange, bis das eins von den beiden Häusern dann irgendwann nochmal auf der Strecke bleibt. Das ist sozusagen die Situation, die wir im Moment haben. Und das ist aber auch eine gewollte Situation. Das politische Ziel, sowohl vom GKV Spitzenverband, als auch von den politisch Verantwortlichen in der Bundesregierung, ist, wir haben etwa 2000 Krankenhäuser, wir müssen runter auf, Größenordnung sind immer unterschiedlich, 750, 800 Krankenhäuser, also deutlich weniger als die Hälfte davon. Der Punkt ist nur, und da wird es dann wirklich gemein, dieser Wettbewerb ist ja vor Versorgungsnotwendigkeiten, Bedarfe, blind. Am Ende bleiben auch Krankenhäuser auf der Strecke, die eigentlich dringend gebraucht werden in der Fläche, in einer bestimmten Region, weil sie dort im Prinzip der einzige vernünftige Versorger sind. Das versucht dann, jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, was macht die Politik, die Politik geht da nie so ran und stellt das mal in Frage, was man da einmal in den Land gesetzt hat, sondern die Politik sagt dann immer, wir regeln das dann im Nachhinein. Jetzt gibt es dann ja wieder sozusagen die Maßgabe, solche Krankenhäuser können auf Antrag Sicherstellungszuschläge bekommen. Das ist dann sozusagen das im Nachhinein wieder das Instrument, wie man das dann wieder löst, dass sozusagen der Wettbewerb blind vor Versorgungsnotwendigkeiten ist. Da war es nur bisher so, dass diese Kriterien halt eben die Bedingungen, an denen die Sicherstellungszuschläge geknüpft waren, so hoch waren, dass zumindest bis vor kurzem nur ein einziges Krankenhaus in Deutschland einen Sicherstellungszuschlag bekommen hat. Jetzt sind es 70. Jetzt sind es mehr. Der GBA hat da ja nachgeregelt und jetzt sind es deutlich mehr geworden halt eben. Aber es war in der Anfangsphase in der Tat, die Bedingungen waren so, gesetzt halt eben, dass im Prinzip das auch ein wirkloses, also erst mal am Anfang ein wirkungsloses Instrument war. Jetzt haben sie nachgelegt, den GBA haben sozusagen die Kriterien noch mal überprüft, haben die verändert und jetzt würde wahrscheinlich sogar halt eben so ein Standort wie Dinkelsbühel, wo wir wirklich eine Chance haben, eben auch auf Sicherstellungszuschläge, denke ich mal. Es geht noch ein bisschen weiter, also jetzt über die GBA und über das Sozialgesetz Buch 5 vor 136 ist direkt auf die Landesplanung ja Eintriffsbehandlung auch nur an den meisten vorbeigegangen. Es ist ein Wunder, dass wir in den Fachgesellschaften es überhaupt nicht erkannt haben, dass seit 1.1.17 die Kriterien für basisrelevante Krankenhäuser festgelegt worden sind. Bleibt man in der Region, die bis zu den Bodenwürzen basisrelevant dürfen aus der Landesplanung ja nicht mehr rausgenommen werden. Das ist unheimlich, dass das nicht öffentlich größer diskutiert worden ist, weil es bekannt ist seit 2014 oder 2015, dass das passieren, mit anderen Krankenhäusern sind nicht drin. Ich will hier keinen Totenkrieg finden, der Nordelsau zum Beispiel ist nicht drin, das war sehr relevant. Dinkelsbühel in Rotburg ist jetzt drin. Nach diesen Kriterien 30 Minuten wäre es 5.000 Einwohner getroffen, innerhalb des Gebietes. Da steht aber explizit drin im Gesetz, im Gesetzbuch, dass die für die Landesplanung die Zahlen, die Sicherstellungszuschläge auch für die Landesplanung relevant sind. Das heißt, du kannst bestimmte Leute gar nicht mehr aus der Landesplanung rausnehmen. Da steht aber nicht drin, welche Dritte bleiben dürfen. Die werden über ein Markthaus gelegen. Aber das ist der Hintergrund eben, warum sozusagen auch, glaube ich, diese Zertifizierungswut, die man ja auch hat. Und das sind natürlich extreme Kosten, die nochmal auf die Krankenhäuser dann auch zukommen, weil da sind etliche Millionen, die da sozusagen da reingesteckt werden, erst einmal, um sich sozusagen da irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal zu verschaffen. Ein meistens ja auch nur temporäres Alleinstellungsmerkmal, weil irgendwann halt eben irgendwo in der Nachbarschaft ein anderes Krankenhaus ähnliches wieder macht und dann das Alleinstellungsmerkmal auch wieder futsch ist. Und dann kommt die nächste Spirale, die nächste Runde, wo man wieder sozusagen ein Stück weit versucht hat, eben in bestimmten Bereichen sich ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Im Prinzip gehen wir da sozusagen einen Weg, der glaube ich nicht, also jetzt mal unter dem Gesichtspunkt bedarfsorientierte Gesundheitsversorgung im stationären Bereich nicht gesund ist. Definitiv nicht gesund ist. Das ist das, was wir da im Moment erleben. Und wir haben ja auch, das ist ja glaube ich auch deutlich geworden in dem Vortrag, irgendwo einen Punkt auch erwischt, wo es sozusagen so eine Art Zweckmittelumkehr gegeben hat. Der Zweck eines Krankenhauses ist ja eigentlich erstmal, das ist sozusagen Banalität, ist die Versorgung von Menschen mit stationärer Gesundheitsversorgung, wenn sie ins Krankenhaus müssen, dass sie da versorgt werden. Das ist der Zweck. Und die Randbedingungen sind die Mittel, die eingesetzt werden. Das ist sozusagen die Technik, die Mediziner, die Kenntnisse, die wir haben, die pflegerischen Leistungen und so weiter und so fort und natürlich auch die räumlichen Leistungen. Das sind die Mittel, die man da einsetzt halt eben erst einmal. Das ist sozusagen das, was auch was kostet, das Ökonomische, als eine Randbedingung. Jetzt ist es aber so, dass man irgendwo wohl den Punkt erreicht hat und auch überschritten hat, wo man sagen kann, halt eben, Zweck des Krankenhauses ist es eigentlich sozusagen, schwarze Zahlen zu schreiben, Profit zu machen, also Profit zu machen sogar, bei den Privaten. Und Mittel sind sozusagen die Krankheiten der Patienten. Das ist sozusagen die Zweck-Mittel-Umkehrung, die da stattgefunden hat. Und das ist vielen, glaube ich, so nicht richtig ganz bewusst geworden, aber das ist natürlich, das ist eine ganz andere Logik, die dann plötzlich da ist halt. Und das ist eigentlich eine absurde Logik und ich glaube, diese Absurdität, die muss man auch nochmal wieder versuchen, deutlich zu machen nach außen. Ich mache es ja immer mal wieder an einem Bild, das ist zwar ein bisschen ein schräges Bild, aber das ist ein Bild, das ist vielleicht ein bisschen verdeutlicht. Das wäre ungefähr so, als würden wir hergehen und sagen, die Feuerwehr, die bezahlen wir in Zukunft nach der Schwere und der Anzahl der Brände, die sie löschst. Also nicht mehr so allgemein, wir finanzieren die nicht mehr aus und machen nicht irgendwie Vorhalte, sondern wir sagen halt eben nach der Schwere und nach der Anzahl der Brände werden die jetzt bezahlt. Je schwerer der Brand, dann kriegen sie ein bisschen mehr, die mehr Brände kriegen sie halt entsprechend Geld. Dann brennt es öfter. Mit Sicherheit kann man doch davon ausgehen, dass dann die Anzahl der Brände und auch die Schwere der Brände deutlich zunehmen wird in der nächsten Zeit halt. Also so ungefähr gehen wir halt eben mit einem Sektor unseres Gesundheitswesens um, in der Art der Finanzierungssystematik und das kann eigentlich nicht sein. Kann und darf nicht sein. Und es kommt ja noch hinzu, das ist in dem Buch ja auch nochmal dargelegt und das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, dass es eigentlich nicht sein darf, dass sozusagen derjenige, der halt eben die medizinische Leistung auch erbringt im Krankenhaus auch über die ökonomischen Erfolge, wenn er entscheidet, dass das sozusagen das Gleiche ist. Der Arzt, der die medizinische Leistung bringt, entscheidet auch über den ökonomischen Erfolg des Krankenhauses. Und es ist Teil über seinen eigenen ökonomischen Erfolge. Ja, ja, ja. Die ganz viele Ärzte, die dann auch noch Verträge haben, die leistungsabhängige Bestandteile haben, in denen dann manchmal wirklich sogar bis auf die Diagnose herunter drinsteht. Ich bringe euch so und so viel Kolokarzilone und dann kriege ich 20.000 Euro mehr am Ende des Jahres. Aber für die Pflege, jede Bettschüssel gibt 20 Euro mehr. Ja. Nee, es hat aber noch einen zweiten Aspekt, was Sie gesagt haben. Wir schimpfen alle immer über diesen Riesenverwaltungsapparat, aber sie kommen gar nicht mehr umher, weil die Kriterien so rigide geworden sind. Und die Gesetze, es wundert mich nicht, dass das ganz so wenige Menschen wissen, ja, mit dem Paragraf 136, weil sie brauchen mittlerweile, um dieses ganze Ökonomiegedöns zu verwalten, einen Riesenverwaltungsapparat und die Menschen, die eigentlich den Kernprozess einer Klinik definieren und auch dafür da sind, werden dadurch natürlich immer weniger. Das ist ja nochmal so eine Stellschraube, die da... Aber das ist sozusagen genau das Gegenteil von dem, was die FDP behauptet. Die sagen ja immer, öffentliche Strukturen heißt mehr Bürokratie und so. Redet man mit jemandem, der in der DDR im Krankenhaus gearbeitet hat, wo es mehr Bürokratie gab, ob dort oder heute in einem ökonomisierten Krankenhaus. Also die These muss ja umgekehrt sein. Je mehr Wettbewerbschaft, je mehr Privatisierung, je mehr privaten Konkurrenz trug und so weiter, umso mehr Bürokratie habe ich. Weil Wettbewerb heißt, Kontrolle, wer bezahlt was, es wird nicht alles bezahlt, man muss beweisen, dass man es gemacht hat und so weiter. Völlig klar, das ist auch gar nichts Besonderes, das ist in der Industrie nicht anders. In dem Moment, wo der Wettbewerb zwischen Abteilungen eingeführt wird, gibt es mehr Bürokratie. Die private Krankenkasse gibt 15 bis 20 Prozent für ihre Bürokratie aus, die gesetzliche 5 bis 6. Es ist genau das Gegenteil von dem, was die Liberalen behaupten. Aber es ist noch nicht so richtig durchgedrungen, bis zu den Massen. Auch ein Aspekt des Gesundheitswesens, die es so als Konstanz vor sich eingefahren wird, die es eigentlich nie gegeben hat. Im Grundeinlandsprodukt des Landes hat es niemals eine Explosion gegeben, es hat eine Steigung gegeben. Aber es gibt ja noch mehr Märchen in dem Ganzen und da ist jetzt nicht immer unbedingt die Politik schuld, auch wenn sie veranlasst hat, dass die Leistung dem Geld folgt. Das ist schon ein Ausschlag gegen den Punkt, aber auch ebenfalls zunehmend mehr von den kommunalen Häuser, von den öffentlichen Häusern wird diese These vertreten, wachsen oder weichen. Also dieses System aus der Wirtschaft heraus, also vermeintlich ein nach oben hin offener Markt, wobei wir uns ja im geschlossenen System befinden und das Wachstum kannst du nicht selber generieren, das ist nun mal der Markt ist nun mal vorhanden, das gibt den Bedarf. Und da eben die These, die Größe ich bin und so wirtschaftlicher werde ich und umso erfolgreicher werde ich. Und Kleiderhäuser haben keine Chance in den Beweis, dafür ist, da hat noch niemand angetreten, ist auch jeder bisher schuldig geblieben. Es gibt also, wenn man sich die Krankenhaushandschaft ansieht, es gibt große Krankenhäuser, es gibt eine Grenze nach oben, also wenn es ein bestimmtes Maß überschritten hat, dann ist es nicht mehr steuerbar ein Krankenhaus, eine Krankenhausstruktur und es gibt eine Grenze nach unten, aber die ist völlig variabel. Es gibt öffentlich-rechtliche, es gibt private, es gibt frei-gemeinnützige Krankenhäuser mit 200 Betten, die wirtschaftlich rentabel arbeiten, ohne Prosilenbickerei und es gibt welche, und es gibt Häuser mit 800, 900 Betten, es gibt Krankenhausverbünde, die hochdefizitär arbeiten. Also meine These ist immer die, wenn ich mir das Krankenhaus Falkheim anschaue, Falkheim ist so für mich das Synonym des öffentlich-rechtlichen Hauses mit 240 Betten in etwa, eingebunden zwischen Bamberg, Erlangen, Pürtchen und Nürnberg, also das ist ein Haus, also das dürfte eigentlich nach diesen Doktrinen schon lange nicht mehr existieren, ist im schwarzen Bereich bisher gewesen, mit zwanz verheiratet, dann würde es wahrscheinlich anders aussehen. Was haben die gemacht? Die haben sich schlicht und erreichend angepasst, also anpassen, und das ist das große Mangel, wir werden im Moment geführt, Krankenhäuser werden geführt, von Managern mit Wirtschaftskontrien, die vom ehemlichen Wachstum träumen, oder vom Verbrechen, Verkauf und Beschließung der Teilschließung von Krankenhäuser, und nicht mehr ohne medizinischen Mehrwert in dem System. Also das hat man ja im Prinzip ja auch erlebt vor Ort, das ist ja im Prinzip, das ist ja das, was sozusagen, sagen wir mal ein Stück weit die Ära Göpfert ausgezeichnet hat, also Göpfert, nur für nicht, das war einer der hier eingekauften Vorstands- Geschäftsführer, jetzt Braunschweig, also wer ist es? Jetzt ist er in Braunschweig, macht wahrscheinlich in Braunschweig sein Unwesen, der hat ja mal dieses berühmte Machwerk auch geschrieben, halt eben, Krankenhaus als Unternehmen, also ist im Prinzip sozusagen da auch völlig so drauf, und hat eigentlich eine Strategie hier gefahren, die darauf hinauslaufen sollte, auch die umliegenden anderen Landkreise bis nach Baden-Württemberg-Reinhalt eben eigentlich zu verdrängen, also ein Verdrängungswettbewerb loszutreten, und auch natürlich innerhalb sozusagen der Landkreise selber, auch zu verdrängen, er hat dann beispielsweise zum Beispiel die Idee mit durchgesetzt, eine Pneumologie in ein Regiomet, also in dem einen Klinikum aufzubauen, wobei im Prinzip Luftlinie nicht ganz ein Kilometer weg eine Fachklinik für Pneumologie existiert, die allerdings halt eben zur Diakonie gehört, also dererlei mehr, das waren schon richtig Versuche da auch zu verdrängen, das ist ziemlich in die Hose gegangen, und hat aber halt eben dem Unternehmen einiges an Schulden sozusagen hinterlassen, dabei halt, also weil das ist natürlich so eine expansive Strategie, bedeutet ja, ich baue im Prinzip sozusagen auch die ganzen Strukturen aus, mit allem was dazugehört, Medizintechnik, Personal, Chefärzte und so weiter und so fort, und versuche dann sozusagen aggressiv in den Markt hineinzugehen und halt eben die Marktanteile an mich zu binden. Das setzt natürlich voraus, dass man sozusagen halt eben auch ein entsprechendes Vertrauen bei den niedergelassenen Ärzten hat, weil die weisen im Wesentlichen zu, das muss man ja auch noch mal sehen halt, sodass da hat er sich nicht so intensiv drum herum gekümmert, außer dass er Arzitze aufgekauft hat und daraus MVZs gemacht hat, also sozusagen da so ein bisschen den Versuch gemacht hat, eine verlängerte Wertschöpfungskette in Gang zu bekommen, aber diese expansive Strategie ist im Prinzip grandios gescheitert und hat am Ende halt eben auch einen ziemlich hohen Schuldenwert hinterlassen. Dann hat man ihn noch 40.000 Euro in der, war es 40.000? Ich glaube ja, in der geschmissen und er ist dann gegangen. So, also fluchtartig, jetzt ist er Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzender in Braunschweig. Da gibt es auch viel zu tun. Ja, das Haus in Braunschweig ist noch nicht defizitär, also insofern hat er noch einiges zu tun. Kann er noch ein bisschen was tun an der Stelle. Ja, das ist so ein bisschen die Situation, die wir da insgesamt haben. Wir haben jetzt einen Geschäftsführer, ich weiß nicht, das kann wahrscheinlich der Kollege Recher noch ein bisschen genauer sagen als ich. Wir haben jetzt einen Geschäftsführer, einen Interimsgeschäftsführer oder Vorstandsvorsitzenden, der es auch nicht bleiben soll, weil man ist auf der Suche nach einem Professionellen wieder. Aber dieser Interims Vorstandsvorsitzende geht eigentlich den Weg, der gerade auch beschrieben worden ist. Der sagt halt eben, wir müssen gucken, dass wir als ein Regiomet unsere Rolle finden, halt innerhalb dieses Landkreises und der Stadt Ansbach und wir müssen gucken, dass wir sozusagen vom medizinischen ausdenken halt eben und nicht irgendwie von Marktanteilen ausdenken. Das ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, dass er im Moment auch ganz gut unterwegs ist und versucht halt eben auch die verschiedensten Gruppen, die daran ja auch zu beteiligen sind, halt eben auch ins Boot zu holen und da so eine Art Prozess herbeizuführen. Aber das macht er mit einer sehr ruhigen Art, also wie ich es empfinde, zumindest, ich habe ja zumindest mal ein bisschen drauf geguckt und ein Gespräch an ihn geführt, in einer sehr ruhigen und ausgedrichenen Art, aber das ist ganz offensichtlich halt dem Verwaltungsrat nicht genug. Die wollen einen Profi oder eine Profidame, keine Ahnung, wohl als wahrscheinlich auch harten Sanierer, gehe ich jetzt mal nach wie vor und von aus, dass das sozusagen ein bisschen das Ziel ist, was Sie da jetzt halt verfolgen. Das ist die Situation, die wir hier vor Ort haben. Die passt aber, glaube ich, in das Gesamtbild, was wir gezeichnet haben, sehr, sehr gut rein, einfach ein Stück weit, so dass sozusagen, ich sage mal, es ist keine Ausnahme von der Regel, sondern es ist eigentlich sogar ziemlich regelhaft, was hier passiert ist, halt ein Stück weit vor dem Hintergrund, was wir jetzt hier skizziert haben. Leider muss man sagen halt, man muss nur, denke ich, gemeinsam jetzt nochmal daran arbeiten, dass man vielleicht doch es verhindert, dass es sozusagen am Ende des Tages in Richtung einer Privatisierung wirklich noch geht. Das ist ja durchaus auch noch nicht als Gefahr gebannt, würde ich mal sagen. Den einen Schritt, vor dem wir ja schon mal standen, war ja halt eben der Geschäftsbestellungsvertrag mit Sana, der schon mal überrauben stand hier, der ist dann geplatzt, weil es dafür in der Vorrednisrat dann doch keine Mehrheit gab, knapp keine Mehrheit gab. Aber jetzt ist aber die Frage, wie es weitergeht. Und das muss man nochmal abwagen. Jetzt habe ich mal eine Frage. Vorhin hieß es doch, die Länder haben vorher immer für die Investitionen gesorgt in den Krankenhäusern. Ja, haben die dann diese ganzen Kosten runtergefahren oder fallen die dann trotzdem irgendwie auf eine andere Art und Weise rein, dass es eigentlich dasselbe kostet, aber immer böse Behe klingt? Also die zahlen da nichts mehr. Der Anteil an Geldern, die die Krankenhäuser kriegen, über die öffentliche Hand, über die Länder ist einfach drastisch zurückgegangen. Sie bezahlen nicht. Das ist in verschiedenen Bundesländern unterschiedlich, aber in dem Gesetz steht nicht, dass sie das müssen, sondern dass es sie sollen ist. Sonst könnte man das ja vielleicht einklaren, das geht aber so nicht. Und sie haben einfach, das hängt aber in der ganzen großen Politik zusammen, meines Erachtens, dass eben die Länder selber durch diese Politik, die öffentliche Hand ja selbst durch diese ganzen Steuerveränderungen tatsächlich ausgeblutet sind. Also da gibt es einen größeren Zusammenhang. Also das heißt, im Falle von Ansbach hat früher das Land Bayern mehr am Krankenhaus bezahlt und die Stadt hat dann entsprechend weniger bezahlt. Oder wie war das denn früher? Du musst ja immer die Mittel beantragen halt und du bekommst die genehmigt oder nicht genehmigt. Aber insgesamt ist sozusagen jetzt mal für Bayern, wir müssten in etwa 850 Millionen an Fördermittel haben im Haushalt, haben wir aber nicht. Wir haben 650 Millionen. Da sind wir bundesweit durchaus sogar noch verhältnismäßig weit oben, das muss man sagen halt eben. Aber es sind 650 Millionen, nicht 850, was sozusagen in etwa diese 9 Prozent ausmachen würde. Das hat viel zu tun halt eben mit beispielsweise die ganze Debatte und Diskussion um die Schuldenbremse. Das ist jetzt mal ein ganz anderes Thema. Also diese Frage Schuldenbremse ins Grundgesetz, Schuldenbremse in die Landesverfassung halt eben. Damit bringe ich sozusagen die Haushalte unter Druck und die gucken, wo sie sozusagen dann entsprechend einsparen können. Und das ist dann sozusagen ein Bereich, wo dann die Einsparungen halt eben im Wesentlichen einsparen. Ansonsten läuft es so, du beantragst, neues Gebäude willst du bauen oder ähnliches, beantragst Fördermittel, bekommst dann sozusagen eine Zusage, entweder im Ganzenbetrag oder bei einem Teilbetrag halt eben. Es wird ja auch verhandelt darüber, muss es sozusagen so ausgestaltet werden oder muss es nicht so ausgestaltet werden. Der Punkt ist natürlich, die Fördermittel, das muss man ja auch nochmal einfach im Hinterkopf behalten, fließen ja nicht vorab. So geht es auch nicht. Und das geht sozusagen im Zuge des Baufortschritts. Da kriegst du sozusagen die Fördermittel. Das heißt also, du bist als Haus ohnehin immer gezwungen eigentlich erstmal auch eine Zwischenfinanzierung auf die Beine zu bekommen. Was im Übrigen halt eben auch nochmal eine Rolle spielt bei den ganzen Spielen, was wir jetzt hier auch gerade gesehen haben, weil die Schuldendienste der Krankenhäuser in Deutschland sind exorbitant, also wenn man das mal indiziert sich darstellt, exorbitant nach oben gegangen halt, logischerweise, weil die alle jetzt Fremdkapital aufnehmen müssen oder aufnehmen, um halt eben in Medizintechnik oder in Gebäude vor allen Dingen halt eben zu investieren. Das sind die beiden großen Ausgabenblöcke im Bereich der Investitionen. Und dadurch, dass die Förderpraxis runtergegangen ist und gleichzeitig sozusagen immer erst nach Baufortschritt oder nach Anschaffung etc. pp. gefördert wird, brauchen sie auch immer diese entsprechende Zwischenfinanzierung. Und dann geht es dem Wettbewerb, von dem wir ja gerade sprachen, auch plötzlich darum, wer hat dann den besseren Zugang zum Kapitalmarkt. Auch das spielt dann plötzlich eine große Rolle. Und da ist es relativ klar, den allerbesten Zugang zum Kapitalmarkt, zum Fremdkapitalmarkt, haben die Aktiengesellschaften der großen Krankenhauskonzerne. Die können da am besten sozusagen mit umgehen und am besten die Zwischenfinanzierung machen, weil sie das im Wesentlichen halt eben auch über Aktienkapital und eingeworbenes Fremdkapital machen. Während halt eben die kleineren Krankenhäuser da einen Nachteil haben, die können erstmal bei ihrer sozusagen örtlichen Sparkasse anklopfen halt eben. Oder halt eben, da haben sie dann teilweise die freie Gemeinnützige, insofern es kirchliche Häuser sind, auch wieder ein Vorteil, weil zum Beispiel die evangelische Kirche ist eines der größten Grundbesitzer in Bayern und die haben insofern halt eben eine ganze Menge, was sie sozusagen auch beleiden können halt eben und darüber natürlich auch wieder mit Sicherheiten schneller an Fremdkapital herankommen als andere Häuser. Das ist sozusagen auch wieder. Auch nochmal, das ist den meisten Leute auch nicht bewusst, private Krankenhäuser, private Konzerne haben einen Anspruch auf exakt die gleichen Fördermittel auf die öffentliche rechtlichen und frei Gemeinnützige haben. Also sie werden gleicherweise gefördert, was sie mit dem dualen Finanzierungssystem zusammenhängt, dass Unterhalt Sanierung, Neubau im Wege der öffentlichen Hand zu finanzieren sind. Und auch vielleicht ein Beispiel, 1998 hat der Frechstadt Bayern bei der Mittel in Höhe von 1,3 Milliarden D-Mark ausgewiesen, heute 650 Millionen und die auch noch mit dem Nachschlag umschlussprung waren 500 Millionen oder plan über 500 Millionen wenn das nochmal aufgestockt worden ist. Also wir sind auf dem Stand von 1998 in etwa und dann kommt noch dazu, da in Bayern hinter jedem, wir haben es fast 70 Prozent öffentliche Häuser in Bayern, da hinter jedem Krankenhaus noch ein CSU-Landrat oder nicht nur CSU-Landrat ein Stadtrat, ein Oberbürgermeister oder sonst etwas steht, werden diese Mittel nicht unbedingt zweckgebunden ausgegeben, sondern sie werden halt diesmal im Prinzip zunächst verteilbar, jeder hat mit irgendeinem Check in seinem Gebiet auftaucht, weil es immer gut kommt, was also dazu führt, dass Krankenhäuser, die jetzt wirklich in etwas neu, ich rede nicht nur von unserem, das muss ich sagen, was geht anderen genauso, aber es geht anderen genauso, haben plötzlich in 5, 6, 7 oder 8 Bauabschnitte aufteilen müssen, weil die Fördermittel immer nur einen bestimmten Betrag machen, weil es ja gleichmäßig verteilt werden muss, früher war es nämlich so, da ist erst Nürnberg fertig gemacht worden, dann ist Regensburg fertig gemacht worden, da ist so ein Drittel der Fördermittel sind in den einen Krankenhaus rein, aber das war dann fertig und dann konnten wir es ja bis nächstes hinbekommen. Mittlerweile ist es so auch von der Erklärung her, der Freistaat hat, das ist jetzt etwas besser geworden, aber den Neubau, den wir haben, der ca. 20 Millionen gekostet hat, für den wir mussten ja auf 8 Millionen Fördermittel 8 Jahre lang warten, das heißt, wir mussten das zwischenfinanzieren mit 800.000 Euro jährlich, eine Zwischenfinanzierung über die zugesagte Fördermittel. Und das ist über 8 Jahre, da kann man sich ausrechnen, was da schon mal ein Geld drin steckt. Zinsen. Was dann, Zins und Titel, wir mussten ja auch, bis wir die Fördermittel bekommen haben. Das ist nur so ein Beispiel und das passiert halt allen Häusern und dann weiß man, warum man kein Geld mehr für Personal hat, selbst wenn die Fördermittel fließen. Und die reichen bei weitem nicht aus, man geht davon aus, so ungefähr 10% weil die zwischen 9 und 11% war in Württemberg die Krankenhausgesellschaft, 10% des Umsatzes, müsste eigentlich über die jeweiligen Bundesländer bezahlt werden, damit die überhaupt auf dem Tramasko bleiben, die müssen noch gar nicht entwickeln, nur das zu unterhalten, was sie überhaupt haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass man das nicht pauschal ausbezahlen sollte, dafür bin ich auch, weil eher würde sich nun Wurstvorrat zulegen, als dass Krankenhäuser sich Geld für Neubau auf 10 Jahre oder 15 oder 20 Jahre auf die Seine legen als Rücklagen bilden würden. Also das Geld wäre weg zu dem Zeitpunkt, aber das reicht bei weitem nicht aus und der Gesetz, der ist verliebt, kommt seine Verpflichtungen nur bedingt nach, die Bundesländer auch nicht und die Krankenhäuser selber macht auch ein Problem, weil das natürlich immer eine schöne, bequeme Situation im Übrigen ist, eben weil, also zwischen Land und Bund an der Stelle, weil sozusagen der Bund es immer auf die Länder schiebt, ihr kommt ja eure Investitionsverpflichtungen nicht nach, was schimpft ihr uns, was die DRGs betrifft, ihr müsst doch erstmal selber sozusagen in die Finanzierung rein und die Länder es dann wiederum auf den Bund schieben, weil sie sagen halt eben, also mit dieser ganzen Finanzierungssystematik geht das im Prinzip nicht so besonders gut. Ansonsten ist natürlich, ja es gibt ja einige Bundesländer, die halt dazu übergegangen sind, diese Fördermittel sozusagen an die DRGs dran zu kleben, halt eben, also sozusagen als Pauschalen halt eben dran zu kleben, halte ich für einen schlechten Weg im Übrigen, aber dieses Gießkartenprinzip, was wir in Bayern haben, ist im Prinzip eigentlich auch nur ein Verfahren, mit dem die Reisetätigkeit von Herrn Söder erhöht wird, weil der dann überall hinfährt und sozusagen die Häuser, die Teilhäuser, die Teilabschnitte halt entsprechend eröffnet und seine kleine Rede hält halt eben als Finanzminister. Er ist ja als Finanzminister für diese Fördermittel entsprechend zuständig. Mir wäre es durchaus recht, wenn seine Reisetätigkeit etwas geringer ausfallen würde und wir dann etwas gezielter vielleicht auch die einzelnen Häuser fördern würden, dann bräuchte ich ihn auch nicht so häufig zu hören, weil sehr häufig bin ich dann auch da, wenn er seine Rede wieder hält und die sind nicht vergnügend steuerpflichtig. Du warst noch was? Nein, nein, hast du schon. Ich wollte nur noch mal eben dieses Beispiel mit der Pneumologie bringen und dass auch Rückabwicklung werden dann zusätzliche Kosten verursachen. Also erst mal die Expansion, völlig umsonst und dann noch mal die Mittel, die dann die Rückabwicklung auch noch mal. Ja, das ist das Problem. Das ist sinnlos, ne? Wenn man in diese expansive Strategie geht und sie scheitert, dann muss man natürlich sozusagen und womöglich dann wieder zurück, aber indem ich zurück muss, dann muss ich ja sozusagen eventuell Chefärzte wieder entlassen, die entsprechend mit Abfindungen halt eben bedient werden, logischerweise. Ich muss die Abteilung wieder, die Stationen wieder zurückbauen und so weiter und so fort. Das ist alles dann noch mal mit zusätzlichen Kosten, auch wenn ich sozusagen aus der Strategie dann wieder rausgehe, verbunden halt eben. So oder so kostet das Geld. Das ist immer die Situation, die wir halt leider hier in der Region haben. Aber ich glaube, es war ja gut, erst mal so einen allgemeinen Blick auch noch mal darauf zu haben. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen oder Anmerkungen mehr geben würde, würde ich jetzt an dieser Stelle auch sagen, wir gehen mit dem Wissen erst mal nach Hause, diejenigen, die hier waren, verbreiten das vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter. Ich selber würde mir wünschen, dass sozusagen auch hier in der Region auch noch mal ein bisschen mehr die Pflegekräfte Druck machen, muss man so auszudrücken, da Druck fordere ich immer zu auf. Und sei es auch nur, dass man sozusagen solche kleineren Aktionen wie halt diese Handhygieneaktion oder ähnliches halt auch mit unterstützt. Auch das bringt ja schon mal ein bisschen was, weil ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir da an der Stelle auch so etwas hinbekommen wie einen Schulterschluss mit den Patientinnen und Patienten, einen Schulterschluss auch mit den Angehörigen und einen Schulterschluss mit der Bevölkerung. Das Ganze ist in dieser ganzen Geschichte der Krankenhausfinanzierung und wie das alles sozusagen funktioniert, so kompliziert gemacht worden. Ich persönlich bin der Auffassung, dass das sozusagen halt eben auch, dass das durchaus ein bewusster Aspekt auch drin steckt. Dass man es deswegen so kompliziert gemacht hat, damit möglichst wenig eigentlich einen guten Einblick da hineinbekommen beziehungsweise mitbekommen, was da real läuft. Und das ist so ein bisschen das Problem, was wir ja auch immer haben. Solange es noch einigermaßen läuft, dann poppen zwar immer mal wieder Skandale auf, also Hygieneskandale oder ähnliches, oder halt eben Leute, die halt eben dann irgendwie schlecht behandelt werden, weil sie auf den Gängen liegen oder ähnliches. Aber das sind halt immer nur so Einzelfälle, die aber nicht eingeordnet werden. Wenn man sich diese ganzen Geschichten, die da auch mal aufpoppen, anguckt, dann ist das sehr, sehr häufig halt eben, hat das viel damit zu tun, dass wir diese Ökonomisierung in den Krankenhäusern haben. Sehr, sehr häufig hat das viel damit zu tun, dass wir diese Personalmode in den Krankenhäusern haben. Und dass sozusagen auch bestimmte Bereiche inzwischen einfach outgesourced worden sind und so weiter und so fort. Also es hat etwas mit dem zu tun, was wir jetzt heute hier auch ein Stück weit gehört haben. Und es wäre gut, wenn man das sozusagen stärker auch in das Bewusstsein der Bevölkerung hineinbringen kann, weil es sind eigentlich Ihre Krankenhäuser. Das ist auch nochmal ganz wesentlich. Das ist ja im Prinzip die Hauptfinanzierungsquelle im Bereich der Betriebskosten zumindest. Das sind versicherten Beitragsmittel. Also unsere aller versicherten Beiträge werden da sozusagen hergenommen. Und bei den privaten, wenn man so will, werden sie am Ende halt eben als Dividenden ausgehändigt an die Aktionäre. Das darf eigentlich nicht sein und das dürfen wir eigentlich nicht zulassen. Vielleicht können wir damit schließen und vielleicht dann uns nochmal beim Wirschen irgendwie zusammensetzen oder so. Ich muss noch ein bisschen darüber diskutieren. Und ich möchte mich nochmals ganz, ganz herzlich bei Nadja bedanken. Willkommen, ganz, ganz herzlich für den Vortrag. Bei euch auch für euer Kommen. Und es gibt diese Broschüre, die wirklich sehr zu empfehlen ist. Und das Bündnis ja auch, dem man womöglich halt eben auch mit beitreten kann. Wenn der Landesfachbereich Bayern beitritt, wenn der beitritt, dann mache ich eine Flasche Sekt auf. Vielen Dank, tschüss. Vielen Dank, tschüss.